Ja, ihr Lieben, mal so ganz was aus der Reihe jetzt von mir. Ich hab einfach Bock drauf, wisst ihr? Ja, das ist von SDP. Er ficken will, muss freundlich sein. Aber klar doch, nur sing ich einfach mit. Du hast ihn kennengelernt und hast du aufgeregt. Am nächsten Tag hast du's gleich. All deinen Freunden in S.E. Er ist voll nett und so. So meldet sich jeden Tag. Er ist voll anders als die anderen. Nicht so ein Mega-Arsch. Und dann denkst du echt, du könntest seine Freundin sein. Doch er weiß genau, wer ficken will, muss freundlich sein. Und täuschen, was muss vor? Männer die Liebe. Und wenn du sagst, das stimmt so nicht, dann kennst du noch nicht viele. Männer lecken dich so süß an. Und sie tun immer so nett. Doch das Einzige, das sie wollen, das bist du. Und zwar nackt in ihrem Bett. Nackt in ihrem Bett. Und dann schicken sie dich weg. Und dann schicken sie dich weg. Oh, weißt du was? Ich glaub, es soll einfach mit uns beiden nicht sein. Aber ah, ich muss jetzt auch dringend weg. Und jetzt heulst du wieder die ganze Nacht. Ey, was hast du dir da nur wieder angelangt? Und du denkst, nen besseren Typen kannst du nicht finden. Der ist bestimmt gar nicht so. Der hat nur Angst, sich zu binden. Und du denkst echt, du könntest seine Freundin sein. Doch er weißt genau, wer ficken will, muss freundlich sein. Denn Frauen enttäuschen, das muss vor Männern die Liebe. Und wenn du sagst, das stimmt so nicht, dann kennst du noch nicht viele. Männer lecken dich so süß an. Und sie tun immer so nett. Doch das Einzige, das sie wollen, ist, du. Und zwar nackt in ihrem Bett. Nackt in ihrem Bett. Und dann schicken sie dich weg. Und das ist mir jetzt auch unangenehm. Und es tut mir auch ein bisschen leid, aber es ist halt kompliziert. Und meine Frauen, die wollen Liebe und Sicherheit. Und Kinder, viele Kinder. Und Zuneigung. Und auch ein Grund, ein offenes Ohr und ein Superhelden. Und das am besten alles in einer Person und gleichzeitig. Und wir Männer? Ich mein, wir wollen doch einfach nur Ficken. Und ein bisschen Schlechtsverkehr. Und ein bisschen ab und zu mal Sex. Und wenn du gleichzeitig mit uns flügeln könntest, wäre super. Und wenn du auch so süß vor Männer die Liebe. Und wenn du sagst, das stimmt so nicht, dann kennst du noch nicht viele. Männer lächeln dich so süß an und sie tun immer so nett. Doch das Einzige, das sie wollen, das bist du. Und zwar nackt in ihrem Bett. Nackt in ihrem Bett. Nackt in ihrem Bett. Und dann schicken sie dich weg. Und dann schicken sie dich weg. Ja, so ist das. Ach ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen. Und auch wenn ich ab und zu mal nicht mitgekommen bin, ist glaube ich nicht so schlimm. Ist ja Karaoke. Tschüss ihr Lieben. Und für heute ist nun wirklich Schluss. Küsschen und weg bin ich. Tschüss. 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 Tschüss.